Musik Haben wir es jetzt nun? Musik So, das haben wir, das haben wir Hä? Verarschen Ich hab doch alle getötet Mann Oh, die nehmen wir noch mit Da hinten ist noch einer Ja 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 Jörg Ja Ja dass wir sie gar nicht mehr lad nach ach ey so da hätten wir das jetzt auch erledigt jetzt ist keine zeit zu kämpfen man sie müssen wieder rein scheiße komm lauf doch mal können sie erst mal suchen nach mir denkst du die können sich mit mir anlegen mit akadress mit wayne lp ich glaub mal nicht das ist doch Oh, fick dich doch, ey. Oh, fick dich doch. Oh, fick dich doch. Oh, komm sie zu mir, nee, nee. Oh, Hirn gecrillt. So, das hätten wir auch erledigt. Es ist der See. Es gibt keinen anderen Weg da durch. Sie müssen runterspringen. Aber rüsten Sie sich aus, bevor Sie... Oh, hättest du mal früher sagen sollen. Aber, naja, ich müsste es ja trotzdem schaffen. Alter. Ey, willst du mich verarschen? Wieso komme ich jetzt da nicht mehr raus, ey? Hallo? Was ist denn das jetzt? Für uns ging alles reibungslos. Jetzt komme ich da nicht mehr raus, ey. Ah, jetzt. Oh, hier werde ich bestimmt wieder so oft verrecken wie vorhin. Oh, hier werde ich nicht mehr raus. Okay. Okay.